Ich freue mich, dass du bei uns seid hast. Ja, danke, danke. Glaubst du, dass die Völter aufsteigen? Ja, wenn wir noch sehen. Also wir haben noch viele Spiele zu spielen und wo wir dann am Ende stehen, werden wir halt sehen. Eine Frage, macht bei euch Spaß ohne Zuschauer Spiele? Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir das Spiel spielen dürfen. Hallo, wir machen das gut und haben die drei Punkte. Wir machen das gut und haben die drei Punkte. Wir machen das gut und haben die drei Punkte. Wir machen das gut und haben die drei Punkte. Kapelle ist sauentoben, aber ihr seid gut dabei. Glaubst du dann Aufstieg? Ich glaube schon. Ja, sehr, sehr spannend und wir wissen halt, dass wir weiter punkten müssen. Und ja, das werden wir auch machen, hoffentlich. Na klar, es habt ihr das. Wir müssen nur glauben an der Aufstieg und dann schaffen wir. Ja, aber wir machen das gut und haben die drei Punkte. Wir machen das gut und haben die drei Punkte. Wir machen das gut und haben die drei Punkte. Wir machen das gut und haben die drei Punkte. Und wo wir dann am Ende stehen. Ihr bleibt ganz open. Das ist mein Herz.